The Starheart. Die Energie hinter der Lente. Nicht einmal die Wächter von Oa, Schöpfer des Green Lantern Corps, verstehen seine Macht komplett. Aber es gibt keinen Zweifel. Es ist eine Waffe gegen das Böse, gegen Angst, gegen Tyrannei und Zerstörung. Denn ich glaube inständig, jeder hat Erlösung verdient. Darum werde ich immer kämpfen. Darum bin ich ein Green Lantern und werde es immer sein.